Folge 3174 Auf Alex' spontanen Heiratsantrag sagt Astrid überrascht aber glücklich ja. Ein Ring besiegelt die Verlobung. Astrid ist absolut sicher, dass Alex der Richtige ist. Vivienne überfällt Gunther mit der Forderung nach mehr Gehalt für die Zimmermädchen. Aber Gunther verweist auf Amélie, die zurzeit in Avignon ist. Das weckt in Vivienne den Kampfgeist für einen Betriebsrat. David schlägt die Umschichtung des Hoteljetas vor, um so Geld für die Gehälter freizusetzen. Aber Gunther bügelt ihn ab. David ist enttäuscht, aber da bietet ihm Gunther plötzlich spontan die Hotelnachfolge an, David ist baff. Lilly tritt in den Hungerstreik, keine neue Nachhilfelehrerin. Merle ist amüsiert. Denn Lilly trickst und futtert sich hinter Brittas Rücken bei Ben durch. Gregor und Henning übernehmen Wolfs Idee, den Boden um die alte Ziegelei als verseucht einsturfen zu lassen. Um so den Verkauf an Gunther noch zu verhindern. Aber beide Männer sind angeschlagen. Gregor macht der Streit mit Carla zu schaffen und Henning hat Skrupe wegen Bruno. Wenn der Streit mit deinem Ausklung ist, den Boden um die Ich bin nicht in der Hölle. Vielen Dank.